Hallo liebe Sturmfans, Sturmfamilie, auch von mir logischerweise um die Zeit, die besten Glückwünsche zu Weihnachten in erster Linie. Ich glaube, das was für uns alle am wichtigsten ist, Gesundheit für euch, für eure Familie, für euch, für eure Nächsten. Merry Christmas, tschüss. Hallo liebe Schwarze, ich wünsche euch recht frohe Weihnachten und ein ganz so gutes neues Jahr. Liebe Sturmfans, liebe alle, denen Sturmherzen liegt, danke euch für die Unterstützung in einem aufregenden Jahr mit einem unglaublichen Frühjahr, mit Kapsig, Bizzemeistertitel, mit einem sehr schwierigen Herbst, wo ich aber dankbar bin, wie sehr alle zusammengestanden sind an schwierigen Zeiten. Und heute ist ein Tag, wo ich euch alle frohe Weihnachten, Gesundheit, alles Gute für den privaten Bereich wünschen möchte und hoffe, dass ihr uns sportlich im nächsten Jahr weiter unterstützt. Alles Gute. Liebe Sturmfamilie, ich wünsche euch frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage, rutscht gut ins neue Jahr und viel Gesundheit. Hallo liebe Sturmfamilie, wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Fans, es war ein wirklich intensives Jahr und jetzt gilt es einfach ein bisschen zurückzuschalten, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf die Familien, auf die Freunde. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage, besinnliche Weihnachten und im neuen Jahr starten wir gemeinsam wieder richtig durch. Dankeschön. Liebe Sturmfamilie, ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne Feiertage und wir sehen uns im Jahre 2019. Euer Hussi. Die Sturmfamilie feiert heute, so wie es sich gehört, eine wunderbare Weihnachtsfeier von jung bis alt. Heute war alles vertreten. Die Augen haben gefunkelt bei den jungen Spielern, die die Stars bewundert haben. Die Damen waren dabei, unsere neue Special Needs Truppe genauso wie viele andere auch. Das macht die Sturmfamilie aus. Wir sind was Besonderes. Das sind wir stolz. Das Gemeinsame muss im Vordergrund stehen. Daher wünsche ich jedem frohe Weihnachten und besinnliche Tage und nie vergessen, den Schwarz-Weißen, den Esker-Sturm, in Herzen zu tragen. Liebe Schwarze, wir bedanken uns für die Unterstützung in dem Jahr und wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, liebe Sturmfans. Ich wünsche euch für Weihnachten eine schöne, ruhige, besinnliche Zeit. Genießt die Zeit mit euren Lieben und rutscht gut ins neue Jahr. Alles Gute. Liebe Sturmfans, frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder im Stadion. Liebe Schwarze, wir wünschen euch frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr. Danke für die ganze Unterstützung, was ihr uns das ganze Jahr gegeben habt. Es war großartig und einen guten Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr. Euer Peter Schul. Baba. 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 Baba.